Ihr Pister, ich geh da jetzt rein! Ja, jetzt rein! Äh, ja? Ja, okay, die paar Minuten machen sie jetzt auch nicht aus. So, bei 22, ich hab jetzt... 22.30 Uhr bin ich ins Bett gegangen. 20, 21, 22... Nein, ich glaub, ich sterbe. Lieb. Sterbe nicht. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Ich muss nochmal pennen gehen, Alter. Ich auch, bei mir ist 4 Uhr. Immer. Jo, bei mir ist 2 Uhr, hä? 2 Uhr 50. Was? Was ist denn die Logik? Jetzt ist bei mir 6 Uhr 35. Jetzt ist bei mir... 6 Uhr 34. Bei mir auch. Auch 35. Ja, auch, ja. Alter, nice, Jungs. Okay, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Sollen wir jetzt nochmal essen? Ja. Jetzt noch einmal so viel essen und trinken, dass alles auf Null ist. Ja. Das kostet ja nix, die Scheiße. Das kostet ja gar nix. Genau, so Sirup ist bei mir auf Null und Putin ist bei mir jetzt auch auf Null. Bei mir auch. Ich hab jetzt noch 3 Putin. Das ist scheißegal. Durch Angst ist noch keiner gestorben. Echt? Sicher? Oh, ich seh gerade rechts neben dem Radio hab ich ja nochmal 4 Putins. Was? Ja, ich habe rechts neben dem Radio 4 auf diesem Schrank. Kannst du nicht mehr nehmen, Junge. Du hast hier nicht gekühlt. Und im Kühlschrank auch nochmal 3. Okay, im Kühlschrank hab ich jetzt auch nur noch 4. Ich zieh mir jetzt erstmal ein grünes Hemd an, weil ich das rote nicht mehr sehen kann. Hä? Achso. Ich zieh mir jetzt das rote an. Changed. Changed. So Jungs, auf ein tolles Spielerlebnis jetzt hier. Na sieg ja. Aber eins möchte ich von euch wissen. Liegt euer scheiß Herz noch in der Mülltonne? Na sieg ja. Was ne Frage. Was machen wir jetzt? Ähm, gute Frage. Ihr seht doch links dieses weiße, äh, diesen weißen Betonboden hier, ne? Da kann man ja anscheinend irgendwann ne Garage bauen, hab ich gehört. Das ist nur die Frage wie. Das frage ich mich allerdings auch. Kann man doch bestimmt in die Mitte gehen und das irgendwie sehen? Ne. Was ist denn mit dieser Liste, mit dieser Liste die in dem kleinen Schuppen da hängt? Mein Truck ist schon wieder von alleine weggefahren, weil ich die Handbremse nicht angezogen habe. Boah, du Schwasti. Ich hab doch mal im BMW erstmal nen Sportlänkerad reingemacht. Das passiert mit den Leuten, die auf dem platten Land wohnen, ne? Die die Handbremse benutzen. Ne Matthias, wie war das nochmal bei deiner Mutter mit dem Civic? Hä? Deine Mutter hat doch irgendwann auch mal irgendwo die Handbremse nicht angezogen. Diese Karre hat doch irgendwie nen Berg runtergerollt, hat sie mir mal erzählt. Echt? Ja, irgendeine Karre hat sie mir mal erzählt. Hat sie mal, ist so richtig kaputt gegangen oder so, weil sie sich der Handbremse nicht angezogen hat. Ich hab... ... ich hab... ... ich hab... ... ich hab... ... das war dann mal ein Auto mit dem LKW die Straße runtergeschoben. Was? Ja, unser... unser Vectra damals, der wurde einfach vom LKW, äh... ... die Straße runtergeschoben. What the fuck? Stand da unten am Kreisel. Und dann sind die beide ausgestiegen und keiner soll gefahren sein. Richtig gut. So, was machen wir jetzt? So, bei Garden, die Sachen sind langweilig, finde ich. Mit hier, äh... ... man soll... ... ein... ... Baum pflanzen... ... ne... ... ne Pflanze ernten... ... ne Joint machen... ... und ne Packung Joints an äh... ... Kuppel... ... an ne Kuppel verkaufen. Ich sag euch wie es ist. Obere Link ist... Ich muss erstmal meinen Truck hier bergen, bevor der mir hier den Berg runterrollt. Ah! Wenn wir hier, äh... ... diesen Sugar... ... äh... ... wenn wir hier die obere Liste... ... also von dem Schuppen, den wir gebaut haben... ... da steht erstmal... ... Build Sugar Shack. Da ist auch ne Liste drinne? Ja. Aber hast du es nicht gesagt? Warte, ich muss erstmal hinfahren. Achso, nein! Nein! In der kleinen Hütte vor dem... ... vor dem... ... äh... ... vor dem Wohnwagen. Da hängt das... ... aus alles. Da ist die oberste... ... und die Liste oben in der Mitte. Ja. Äh... ... das... ... der nächste Punkt ist... ... ne Rolle... ... Rohre kaufen. Okay. Ja, das können wir vielleicht... ... wir können die Liste versuchen ja abzuhaken. Also es ist ja... Ja, guck mal, es ist ja jetzt früh am Morgen... ... wir fahren jetzt alle mit dem Truck mal in die Stadt... ... und gucken uns die Geschäfte an. Würde ich auch sagen. Vor allem ist es... ... es ist Dienstag... ... es ist eigentlich... ... ganz gut. Ach stimmt, es ist Dienstag... ... also... ... aber ist ja egal. Noch Buggy... ... so... ... ne... ... noch Sachen... Oh Junge, jetzt hab ich den Truck ist safe. Die Debüt... ... Liste haben wir schon fertig. Wen? Äh... Die... ... Debütliste, das ist die untenere in der Mitte. Muss ich doch erstmal gucken. Da ist alles schon ab... ... durchgestrichen bei mir. Ich doch mal hingehen. Ich bin rück... ... ich bin rückwärts gefahren... ... hab meine Karo festgesetzt. Die Debütliste ist fertig bei dir? Was hast du denn du gemacht? Hä? Ist alles fertig bei mir. Hä? Bei mir fehlt... ... Install the wheel on the... ... Driver... ... Side... ... Konik. Was hab ich doch gemacht? Das kann gar nicht fehlen. Das hab ich doch gemacht. Hast du Schrauben nicht festgezogen? Hm... Doch. Was? Welche Debüt... Nicht ja? Tod... ... talk... ... the wheels. Witz. Ist das durchgestrichen? Nein. Ja, dann hast du nicht alle Räder festgezogen. Und das vordere linke auch nicht. Hä? Da muss irgendeine Schraube nicht fest sein. Ich muss doch den... ... oder eine vergessen. Den Schraubenschlüssel muss ich nehmen, ne? Nee. So. Doch, doch. Warte mal, ich prob mal. Eine Schraube musst du vergessen haben. Oder nicht festgezogen oder was weiß ich. Nooool. Du hast recht? Ja. Mach dein Recht auch so, ne? Vorne links. Jetzt ist alles abgehakt. Läuft! Vorne links. Eine Schraube nicht. Das ist ja assi. Okay, läuft. Hast du die Liste jetzt fertig? Ja, jetzt ist fertig. Nice. Buggy haben wir das Teil hier gefunden unter dem Tisch. Da hab ich eins. Die rechte Liste ist für mich am interessantesten. Weil da ist auch Complete the Garage mit dabei. Ja. Und wie geht das? Au revoir. Buy a roll of... Was steht da oben? Tubing? Ja, das sind Rohre. Okay. Sollen wir einfach mal in die Stadt cruisen, Jungs? Good friendship with Francis. Wer war denn nochmal Francis? Äh, der Tankstellenfuzzi, oder? Älterer Bruder. Das ist der mit dem... Da können wir ja auf dem Weg zur Tankstelle einfach mal anhalten. Sollen wir den Truck nochmal nehmen? Ja, ich nehme mir direkt den Fenster mit. Weil dann kann man den, wenn der leer ist, einfach nochmal nachfüllen. Nochmal voll machen. Ich muss meinen sowieso nochmal voll machen. Ach, der ist bei 100% schon. Also meiner nicht. Ja, dann füll doch... Jonas. Pass auf. Dann füll doch alles erstmal auf. Generator und so. Macht doch Sinn. Stimmt, ja. Weil das würd ich jetzt so machen. Ich hab den jetzt komplett leer gemacht. Weil der Generator braucht ja auch relativ viel. Mhm. Der hat bestimmt einen Bruch gehört. Ja. Wild. So. Ähm. Ja, Jungs. Also ich wär bereit in die Stadt zu fahren. Ah, der hört's. Ich hab zwar meinen ganzen Truck voller Holz. Aber ist ja egal. Das krieg ich schon gleich noch irgendwo ab. Okay, ich schmeiß ja nicht. Du tankt hier. Cab is not completely screwed on. Ja, das ist mir klar. Aber ich will das Ding ja auch betanken. Männers, ey. Männers. Hä? Der sagt mir, dass die Kappe nicht komplett drauf ist. Aber soll sie ja auch nicht sein. Ich will das Ding ja betanken. Hä? Was ist denn mit euch? Das Ding nicht betanken. Welche Kappe denn? Die Kappe von deinem... Die... Von dem Generator, die Kappe. Ja, mach auf. Nee, die ist ja offen. Und was ist mit deinem... Der Kappe von dem... Äh... Sprit? Die muss gar nicht drauf. Hä? Ist der denn noch an? Nee. Die Kappe vom Spritkanister da drauf? Dieses gelbe? Ja, ne? Nee. Ah, ja. Stimmt. Ich hab das Räucheln... Die Verlängerung hab ich abgemacht. Das ist natürlich dumm. Aber dann geht's auch nicht. Ja, ich bin halt präzise. Ich brauch dieses Räucheln nicht zum Betanken für so ne Scheune. Na gut, in dem Spiel anscheinend schon. Was läuft so im Radio? Mach den Generator jetzt einfach mal voll. Volle Lotte hier. Ich sag euch, der geilste Radiosender ist auf 3. Oder 5. Headcutter. Ich kann das eh nicht jetzt hören, wegen Musikrechten. Aber... Ich hab den Generator voll gemacht, ne? Der war nicht ganz leer. Und ich habe jetzt im Kanister sagenhaft 8%. Okay. Ja, der braucht Dümel viel. Der braucht richtig viel. Ja, ich muss den auch nochmal auffüllen. Jo, der braucht richtig viel. Den Rest kannst du einfach nochmal in deinen Spalter kippen, würd ich sagen. Ja, hab ich jetzt gemacht. Jum, seid ihr dann bereit? Moment. Nehm ich den BMW oder den Pick-Up? Nehm den Pick-Up. Ja, ich auch. Kannst du wenigstens Sachen mitnehmen? Ja. Bei mir ist zwar Holz drauf, aber egal. Ich wusste es irgendwo loswerden. Wir können ja auf dem Weg, wenn wir nochmal bei diesem Francis anhalten... Dann lass uns da doch jetzt losfahren und zu dem hinfahren. Warte, warte, warte. Ich muss noch ein kurzes Holz drauf aufs Auto machen. Ich hab nämlich auch noch was. Ich hab hier noch nen Baum liegen. Achso, okay. Ich will die Garage haben, Alter. Ja, da arbeiten wir jetzt dran. Das wär richtig nice bestimmt. Dann würde ich hier alles ganz entspannt hinstellen. Ich bin froh, dass ich dieses Anti-Dellen-Kit gekauft habe. Oh, das kauf ich mir gleich. Meine Herren haben gar keine Dellen mehr. Das kauf ich mir gleich. Das hat nur 79 Dollar gekostet. Ja, ich kauf mir das gleich. Das hat sich voll gelohnt. Und das verbraucht sich auch nicht. Das kannst du immer wieder verwenden. Ja, ich nehm das. Nicht so wie die Rost-Reparaturscheiße. Eine Leiste, dann ist das Ding leer. Ja, genau. Ich hätte mal lieber die Stoßstange machen sollen vom Truck. Bei mir haben die Autos keine einzigen... Also keine Beulen mehr. Keine was? Keine Beulen mehr. Hast du auch das Ding gekauft? Ja. Null. Der hat auch fast keinen Rost mehr. Okay. So. Äh, ich bin jetzt das letzte Mal zu Francis gerade gegangen. Und... Hab hier ne Nachricht gekriegt von dem. Jonas, du pisser, warum wartest du nicht? Hä, ich dachte ihr seid auch auf dem Weg schon hin. Nein, wir warten noch auf Matthias. Okay, dann bleibe ich jetzt bei dem stehen. Du Sack, Alter. Wir müssen uns ein bisschen auf die Kommunikation verlassen. Bei den anderen. Wir müssen ein bisschen drauf achten. Weil wir sehen ja leider nicht, wo die anderen sind. Ja, das wär einfach... Das wär schon zu gut, wenn das hier Multiplayer gäbe. Ja. Aber so ging's bis jetzt auch. Mich stört's jetzt nicht. Nö. Außer Jonas macht wieder sein eigenes Ding. Hahaha. Jajaja. So immer der, auf den wir warten, der muss dann Bescheid sagen. Ja, warte, ich hab's gleich voll. So, Francis ist der, unser Nachbar da oder was? Ja. Zum... Also wegen nem Holz da. Yes. Okay, Tür zu. Handbremse lösen. Rückwärtsgang. Oh geil, Kumpel von mir hat Unterbodenbeleuchtung an seinen Trabi gemacht. Okay, ich fahr dann mal. Ja, ich halt da das. Ist klar. An seinen Trabi? Hm? An seinen Trabi? An seinen Trabi? Liederne Unterbodenbeleuchtung. Sieht bestimmt geil aus. Nein! Ich hab zwei Holzstücke verloren. Hahaha. Jo, der Typ hat kein Holz mehr. Er ist verheizt. Der Idiot. Verheizt. Oh, der kriegt jetzt Neues. Jetzt hab ich 666 Dollar. Muss ich hier kriegen. Nice. Ich red noch mal mit dem. Was hat der ja Bock? Matthias, du musst auch mit dem reden. Denk dran. Wie viele Punkte habt ihr bei dem Francis schon? Warte, ich guck mal. House, everything. Can wait for the summer. Each weekend will go out camping for sure. Äh, wo war das nochmal? Friendship. Francis, 24. Du auch? Ja, ich hab 25 jetzt schon. Ja. So wie, also müsstest du jetzt auch haben, wenn du mit dem gesprochen hast. Kam auch das mit dir? Came wait for the summer? Ja. Und danach kommt noch ne Nachricht. Echt? Nee, bei mir nicht. Mich mag der anscheinend nicht. Hä, da kam noch ne Nachricht danach. Bei mir nicht. Der mag mich nicht. Die ist aber essentiell. Die ist aber essentiell. Der mag mich aber nicht. Dann hast du die weggeklickt. Wie, die kann man wegklicken? Ja, dann hast du irgendwie zu schnell geklickt oder so. Warte, hier. Ich schick's dir. Ich hab's abfotografiert. Warte, Friendship ist bei Francis 22 bei mir. Boah, hast du auf Close geklickt? Kann sein. Hey, ich hab auf gar nichts gedrückt. Hey, Jonas. Bei mir ist Friendship bei Francis 22. Ja, dann warst du noch nicht oft genug da. Scheiße, ey. Ja, aber dann fahr ich nochmal hin. Kannst du mir mit dem Garage helfen? Ja. Wenn du nämlich das auswählst, dann kriegst du die andere Nachrichter. Äh. Nice. Mach das mal kurz, ne? Mit dem Holz. Damit wir auf dem selben Ding sind. Du gehst das einfach ab, ne? Ja. Mehr mach ich jetzt nicht. Alles klar, ja. Ja, und dann fahren wir in die Stadt. Ja. Muss uns beeilen. Es ist gleich wieder 50 Uhr. 50 Uhr? Ja. 500 Uhr. Alter, kann man echt diesen fetten Baum hier fällen? Nee, die Obtäck hat keine Textur. Nein, die haben andere Texturen. Ja, ich seh das schon. Ha, Alter. Alles, was keine Textur im Spiel hat, kann man auch nichts mitmachen. Das ist der Hammer. Ja. Aber das ist so simpel und so schön. Wie viel Kilometer hat euer Truck? Äh. Wo seh ich das? 19 habe ich. 13. Lol. Jungs, ihr könnt beim Autofahren spucken, das ist auch lustig. Voll gegen die Scheibe, ey. Wo ist die Kettensäge? Ha, voll gegen die Scheibe. Hahaha. Die wird aus der Scheibe raus auch. Nee, geht nicht. Auch voll gegen die Scheibe, ey. Jetzt mal auf dem Sitz hier. Oder auf dem Schaltknochen, dann schaltet es sich besser. Genau. Das Ding hat keine Fensterheber, ne? Warte mal, ich lass jetzt mal den Baum auf das Auto fallen. Hä, warum machst du die Kettensäge? Ja, Matias, was machst du denn da jetzt schon wieder? Hä, ich sollte noch Bäume fällen. Hä? Damit ich bei Francis wieder mehr Punkte kriege. Ja, du hast doch auch schon 20. Ich hab 22 nur. Hä? Moment, was machen wir jetzt? Ich dachte, wir fahren in die Stadt. Nee, dachte ich auch. Ich dachte, wir sollen... Ja, aber... Hä? Mich verarscht. Scheißt du erstmal auf den Vorschritt? Oder brauchen wir das jetzt zwingend? Du kannst nur einmal am Tag zu dem hin. Ja, genau. Das kommt nicht drauf an, wie viele Bäume du dem gibst. Das kommt drauf an mit den Tagen. Das stimmt. Du musst mit dem quatschen. Du musst zu dem hin und den ansprechen. Ja, genau. Du musst nichts abgiefern. Ja, okay, dann. Liegt da jetzt ein Baum bei dir, oder was? Ja, auf dem Auto. Warte, ich pack kurz das Holz runter und dann können wir in die Stadt, okay? Ich bin eh am Haus. Ja, dann fahr ich jetzt nochmal zum Haus. Ich fahr ja immer nur hinters Haus. Wo hälst du? Ich fahr nochmal zu unserem Wohnwagen. Also zum Wohnwagen, meinst du, ne? Ja, ja, da bin ich ja gerade. Alles klar, fahr ich da auch nochmal hin. Ich bin ein bisschen hier reingedriftet. Die Fahrphysik hab ich immer besser jetzt drinnen drauf. Hörst du die ganze Zeit? Ich fahr richtig schnell durch die Welt. Ja, ich auch, aber ich fahr schon noch so ein bisschen auf. Äh, wo fahren wir denn dann jetzt hin? Fahren wir in die Stadt, oder wo fahren wir? Natürlich, aber ich bin jetzt erstmal am Haus. Also am Wohnwagen. Okay, dann fahr ich da auch wieder hin. Wenn Matthias hier halt auch ist, bin ich jetzt hier auch hingefahren. Ich dachte, wir machen jetzt irgendwie noch ein kurzes mit Francis. Nee, das musst du am Tag machen. Hast du jetzt gerade mit dem gesprochen? Genau. Dann müssen Jonas und ich einmal warten mit dem. Ja, aber... Wir müssen jede einzelne Sache, die wir machen, Jungs, müssen wir auch sagen. Und ihr dürft das nicht einfach machen, weil die anderen sehen das ja nicht, wisst ihr? Ja, ist richtig. Also ich fahr jetzt wieder auch zum Haus hin und warte da einfach. Okay, perfekt. Oder was machen wir da jetzt? Ja. Okay. Ja genau, wir warten auf Matthias. Aber Matthias, jetzt... Das lasst du auf mich. Jetzt, aber jetzt bist du doch fertig, oder nicht? Jetzt können wir doch gemeinsam in die Stadt fahren. Ich nehm jetzt... Ich nehm jetzt nur den Kanister mit. Ja, den nehm ich auch mit. Ja. Okay. Den hab ich auch schon drauf liegen. Okay, perfekt. Hör zu. Zündung an. Bei mir ist Mäbelsirup schon wieder fast bei der Hälfte. Bei mir auch. Aber egal, können wir da auch in der Tankstelle kaufen. Ja. Das reicht mal. So eine Abfahrt. Links rum zur Stadt, ne? Oder rechts? Alle meine Türen sind offen. Links. Ich fahr schon mal vor. Also wir fahren ja jetzt eh, ne? Ja. Also jetzt schon eine Stadt fahren oder was? Ja. Ich bin auf dem Weg. Alles gut. Hast du schon die Ausfahrt verpasst? Muss er an dem Haus vorbei? Ja, ne? Ja. Ja. Der kommt dann erst zur TH-Straße. Achso, die. Okay. Boah, mit der Handbremse kann man sich auch retten in den Kurven, ne? Ja. Auf Leertaste. Aber das steuert ja der Wagen. Ja, das stimmt. Alter, aber mit der Handbremse. 60 kmh ist schon echt kriminell in dem Spiel, ne? Warte. Was ist kriminell? 60 kmh in dem Spiel hier. Das ist schon echt kriminell. 70 auf der Landstraße, Alter. Was gehen da ab? Ja, ich bin schon 100 gefahren mit dem Truck. Was? So schnell schafft der? Ja. Würde ich aber nicht wollen. Was? Gibt's denn neue Kartoffeln? Was ist eigentlich, wenn man diesen Käse kauft, Jungs? Bei diesen Stirn. Sollen wir mal so'n Käse kaufen? Ich hab da irgendwas gelesen. Wie viel Uhr ist es bei euch? 12.54. Okay, 15.50. Warum ist die Kirche nicht offen? Jungs, sollen wir einmal hier so'n Käse kaufen? Bei diesem Shop? Wo? Wo die Kartoffel lag. Ich hab gehört, irgendwas kann man damit machen. Aber sicher, das ist Käse? Ja, Fromage. Ich kauf das jetzt. Da bin ich grad dumm gewesen. Muss ich aussteigen oder kann er das Drive-In mäßig machen? Ich hab bloß aussteigen. In meinem Zimmer ist dunkel, ne? Leute, in meinem Zimmer ist dunkel, ne? Ich hab grad C gedrückt, um die Tasten mal ein paar zu machen. Ich hab mich umgeguckt. We work on the farm. Serve yourself. Nice. Also habt ihr jetzt alle auch so'n Käse mitgenommen, ne? Wo denn? Wo ist denn der Käse? Bei diesem Shop, wo diese... Vor der Kirche, da... Wo der... Wo die Kartoffel auch lag. Vor der Brücke. Ah, aber ich muss ja einfach umdrehen. Wo man... Kurtz... Kurtz Cheese Pack. Und davor... Da kann du vielleicht auch mit der Handbremse einfach umdrehen, ne? Nein. Ja, Mann. Äh, ein so'n Packen, ne? Ja, ein. Ein so'n Ding. Reicht ja, ne? Ja, ja. Ja, ja. Raus. Junge. Dieses Spiel. Ihr müsst aufpassen auf eure Sachen. Was hier ist halt letztens auch voll viele Sachen verloren. Ich hab mein Garnister verloren, die haben meine Kettensegel... Ihr habt beide das Lenkrad verloren. Irgendwann fahren wir in die Map. Oh, Jungs, wo ist das Lenkrad? Das ist das Lenkrad. Das hab ich nie wieder... nicht wiedergefunden. Das liegt wahrscheinlich irgendwo... Wo das hin ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das verliert haben könnte. Wo ich das verliert hab? Nein. Oh, oh. Ihr Pisse. Mein Lenkrad hab ich, als wir einmal um die ganze Map gefahren sind, hab ich das verloren. Das ist dann irgendwo auf die Gras-Textur gefallen und ich hab's nie wiedergefunden. Das war einfach... Das war einfach weg. Alles klar, hab ich verstanden. Wenn ich den diesen scheiß Kanister hingefragtet hab, ey. Jetzt liegt er im Wasser. Also, wenn ich keinen Kanister mehr habe, ne? Dann ist das Spiel ja echt vorbei, ne? Muss man ja schon sagen. Ja, vor allem, weil man keinen mehr kaufen kann. Ja. Richtig. Weil dann hab ich echt ein Problem. Ja, Jungs, das ist gar kein Problem. Wir warten.